Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie die aktuelle Lage so ist, brauche ich jetzt gar nicht mehr so erwähnen. Aber ich habe hier ein interessantes Angebot gefunden. Und zwar wird Norma ab dem 23.12., also ein Tag vor Weihnachten, ein großes Jugendfeuerwerksortiment anbieten, deutschlandweit, wie es aussieht. Mehrwertsteuersenkung wird auch komplett an euch weitergegeben. Also ihr spart euch da auch ein bisschen Geld. Und ich finde, aus gegebenem Anlass ist es ein Sortiment, was man sich wirklich, wirklich angucken kann. Also ich habe den Prospekt auch hier. Ihr könnt es sehen. Aber ich habe mir gedacht, wir machen das lieber am PC, weil da sieht man dann die Artikel auch einfach viel besser. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange. Wie gesagt, ab Mittwoch, kommenden Mittwoch, 23.12., wird es diese Artikel, die ich euch jetzt hier zeige, in eurer Norma-Filiale zu kaufen geben. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich mal das Erste an. Ich versuche das Video wirklich so kurz zu halten, wie es geht, damit ihr das euch gut angucken könnt. Einmal das Megacool. Und das Krasse ist, dieses Jahr wird Nico und Leslie verkauft. Also wir werden jetzt hier Nico und Leslie Artikel sehen. Auf jeden Fall fangen wir mal mit dem Nico Cool an. Da sind, ja, einige Artikel drin. Wir haben hier einmal Blitzcracker, dann Bodenwirbel, Speedy, knatternde Blitze, Powerflashballs, Asteroidpower und lustige Trickknaller. Das sind natürlich dann die Knallerbsen. Aber man muss wirklich sagen, für 2,91 Euro ist es wirklich ein tolles, tolles Sortiment, muss man sagen. Also das kann man sich auf jeden Fall holen. Dann haben wir als nächstes das Affengeil für 3,88 Euro. Das ist ein größeres Set. Das ist neunteilig. Da habt ihr einmal eine Packung Feuerspucker und eine Mischung aus dem anderen Sortiment, das ich euch gerade gezeigt habe. Hier sind natürlich zweimal Knallerbsen mit dabei. Aber ihr habt hier auch zwei Packungen Feuerringe, einmal Biene, flotte Biene, Speedy, also wieder Bodenkreisel, Wunderkerzen und eben die Feuerspucker. Finde ich für den Preis, muss man sagen, auch wirklich sehr, sehr gut. So, dann haben wir einmal das Bärenstark. Das ist ein viel, viel größeres Cut-1-Sortiment für 9,73 Euro. Hier werden wir auch nochmal reingucken. Natürlich auch gefüllt mit Wunderkerzen. Zwei Packungen hier auch mit Knallerbsen wahrscheinlich gefüllt. Wir gucken einfach mal rein. Zweimal Wunderkerzen sind drin, Bodenwirbel und natürlich drei Packungen Knallerbsen. Ob man sich jetzt das holen muss, weiß ich nicht. Würde ich mir jetzt tatsächlich für den Preis nicht holen, aber ja, das gibt es auf jeden Fall zu kaufen. Dann haben wir eine Packung Tischbomben. Da, weiß ich nicht, die werden momentan auch sehr gut gekauft, komischerweise. Vier Stück, auf jeden Fall für 3,88 Euro. So, dann haben wir, das habe ich für übersehen, dann haben wir hier das Niko-Sortiment Wilder Wikinger für 4,86 Euro. Auch wieder eine bunte Mischung, könnt ihr hier sehen, aber man sieht hier auch wieder Wunderkerzen mit dabei. Zumindest ist es aber nur eine 40er Packung. Aber leider auch hier hat man drei Packungen Knallerbsen, Bodenwirbel, Feuerringe sind dabei, drei Packungen Bienen, das finde ich gut. Und zwei Packungen Speedies, also auch Bodenwirbel. Also relativ okay, muss man sagen. So, das hatten wir. Dann haben wir hier die Mini-Popper, Partypopper. Aber ich finde die irgendwie ganz lustig. Ich habe hier 20 Stück für den Preis von 2,91 Euro. So, wenn ihr eine Ausgangssperre habt und daheim, also drinnen weiter zünden wollt oder Feuerwerk machen wollt, dann bietet sich das auf jeden Fall doch noch irgendwie an. So, dann haben wir hier das, das müsste das Summer Fountains sein von Nico. Das nennt sich aber hier Fontänen-Party für 3,88 Euro. Da muss ich sagen, das sind wirklich sehr, sehr schöne Cut-1-Fontänen. Das Set hatte ich, wie gesagt, unter dem Namen Summer Fountains. Ich meine, das ist das Summer Fountains. Also wenn ich falsch liege, bitte korrigiert mich jetzt in den Kommentaren. Aber ich meine, das ist das. Und wenn es das ist, ist es wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Sortiment. Also habt ihr auch fünf schöne Fontänen, die auf jeden Fall ihren Kauf wert sind. So, dann haben wir hier Powerknicklicht. Ist ja an sich kein Feuerwerk, denke ich mal, aber es sind halt so Stäbe, die dann leuchten im Dunkeln. Ist eigentlich ganz witzig für eine Packung. Kriegt ihr hier, keine Ahnung, achso, das ist ein Stück. Okay, ein Stück für 96 Cent. Wer das mag, kann das auf jeden Fall machen. Dann haben wir hier Party Popper. Die muss man drehen und dann kommt halt vorne was raus. Auch ganz witzig für so eine Party, für 2,91 Euro muss ich aber nicht haben. Dann haben wir die Luftschlangen von Nico Feuerwerk für 2,91 Euro. Sehr teuer. So, was aber jetzt sehr interessant ist, sind die Bengalfeuer. Denn hier kriegt ihr die Farben Blau, Grün, Gelb und Rot für den Preis jeweils für 2,91 Euro. Und ich muss sagen, die sind ja keine Kategorie T1. Das ist ja tatsächlich Cut 1. Und ich finde die wirklich sehr, sehr gut. Also muss man wirklich sagen, die brennen auch relativ lange. Es sind wirklich sehr, sehr gute Bengalfeuer. Und ich habe auch ein Video dazu gedreht vor ein paar Monaten. Das könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Ich werde es mal hier oben verlinken. So, dann haben wir hier Armknicklichter. Das ist 8-teilig für 96 Cent. Da sind grüne, rote, blau und gelbe drin. Ja, das ist ganz witzig. Brauche ich aber nicht. Hier noch mehr Tischbomben. Aber vom Design her schönere finde ich. Natürlich 12 Uhr hier mit drauf. Sehen aus wie eine Rakete. 2,42 Euro. Ob da auch einiges rauskommt dann, was man brauchen kann. Oder was witzig ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber für 2,42 Euro könnt ihr das auf jeden Fall kaufen. Genauso wie diese Tischbomben. Die sehen auch sehr lustig aus. Kenne ich noch aus meiner Kindheit. So im Retro-Design. Sehr lustig. Auch für 2,42 Euro zweiteilig. So, dann haben wir hier ein etwas aufwendigeres oder schöneres Tischbombensortiment. Das sind zwei solche Sektgläser. Das sind Tischbomben. Da kommt halt dann oben die Ladung raus. Das ist für 3,88 Euro schon sehr teuer. Aber da zahlt ihr halt eben für das Design. So, Vierer Knallbonbons. 3,88 Euro. Muss man jetzt auch nicht viel zu sagen. Ist auch relativ teuer. So, dann haben wir Wachsgießen. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Bin ich aber auch leider kein Fan von. Für 2,42 Euro. So, nochmal Tischbomben für 3,88 Euro. Das ist aber zwölfteilig. Aber das wären wahrscheinlich... Achso, nein. Hier sind auch Shampoosknaller dabei. Also eine Mischung aus Luftschlangen, Tischbomben und Shampoosknaller für 3,88 Euro. Für den absoluten Partyspaß zu Hause. So, jetzt kommt was Interessantes. Denn wir haben hier XXL-Packs für jeweils 1,44 Euro. Da habt ihr einmal die Feuerspucker, 6 Stück. Dann gibt es die Fire Bowls. Also das sind Knatterbälle, 16 Stück. Asteroid, 24 Stück. Das sind halt die Meteoriten. Und Silberknaller XXL-Pack. Also Knallerbs sind 200 Stück. Eine wilde Hummelpackung mit 12 Stück. Ja, und das gibt es alles jeweils für 1,45 Euro. Das muss man sagen. Das ist ein schönes Angebot. So, dann haben wir eine ganz, ganz große Tischbombe. Und zwar die Partykanone. Ich denke mal, von den ganzen Tischbomben, die wir jetzt hier gesehen haben, wird hier am meisten rauskommen. Und ja, die gibt es halt jeweils für 2,91 Euro. So, und das, jetzt kommen die Highlights, Leute. Haltet euch fest. Ihr kriegt hier pro Packung, pro Artikel für 1,93 Euro entweder die Ice Fountains von Leslie, das Crazy Crowd. Crazy Crowd, das sind echt schöne, schöne Dinger, muss man sagen. Ich finde, die haben echt so einen kleinen Knalleffekt. Also kommen auch schöne Sterne mit raus. Für Cut 1 wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Also die lege ich euch wirklich ans Herz. Die Luftfeuerpfeifer kennt ihr alle. Ist eine 20er Packung. Den scheißenden Hund. Achtung, dieser Hund hat wirklich gut gefressen. Sau geil. Von Leslie. Also das gibt es alles jeweils für 1,93 Euro. Ein sehr, sehr schönes Sortiment. So, jetzt kommen wir zu weiteren Leslie Silvester Zauber Artikeln. Und hier kriegt ihr für jeweils 2,91 Euro. Einmal das Feuerschwert XL. Wirklich sehr, sehr schön. Muss man wirklich sagen. Dann habt ihr die Packung Spinner Madness. Das ist ein Bodenwirbel. 32 Stück. Dann gibt es die Wonder Cones. Also 3er Packung Vulkane. Ja, dann Knallerbsen XL. Hier 8 mal 10 Stück. Und das alles jeweils für 2,91 Euro. Muss man echt sagen. Ein tolles Angebot. Also das an der Stelle wirklich super. So, dann kommen 2 größere Sortimente. Da gibt es für jeweils 9,73 Euro. Einmal das, ja, highly skilled müsste das sein von Leslie. Also wirklich mit einer großen, großen Auswahl. Das ist heavy, das Ding. Also wirklich. Und dann das Pyro Predator. Auch nochmal mit einer schönen Sortierung. Auch jeweils für 9,73 Euro. Also wirklich, wirklich sehr, sehr schön. So, und als letzten Artikel eine Mischpackung. Die fette Fete. Hier habt ihr Tischbomben drin. Wunderkerzen, Partypopper, Knallbomben und Luftschlangen. Und zwar für den Preis von 7,78 Euro. Leute, das alles gibt es deutschlandweit bei Norma. Ab den 23.12. Also Mittwoch. Kommenden Mittwoch. Bitte, ihr müsst, wenn ihr dieses Jahr nicht mehr an Feuerwerk rankommt. Also wirklich gerichtet auch an die, die ihre Bestellungen nicht mehr bekommen oder im Laden einkaufen wollten und so. Ist das wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Angebot. Da habt ihr wirklich von vielen Artikeln jede Menge. Es ist halt nur Cut 1, aber es ist besser als nichts. Und einmal vorbeizuschauen, wird sich auf jeden Fall lohnen. Ich denke, die Sachen werden auch relativ schnell weggehen durch die aktuelle Lage. Und hier könnt ihr euch ein bisschen für Silvester eindecken. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, dann schreibt mir doch gerne einen Kommentar. Lasst ein Like da. Abonniert mich auch auf Instagram. Da heiße ich auch Silvester2k. Post auch regelmäßig Bilder und Stories. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein! Und dann? Und dann? Und dann? Untertitelung des ZDF, 2020